Hi Steffi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde heute gerne mit dir ein bisschen über das Thema der Zeiterfassung sprechen aus der Sicht von einer Personalerin und ich denke, du hast uns da ein paar spannende Sachen zu berichten. Um mal zu starten, welche Möglichkeiten in der Zeiterfassung gibt es denn eigentlich? Also verschiedene Arten. Man kann online stempeln über das sogenannte Mitarbeiterportal. Wir können aber auch über ein Hardware-Terminal stempeln. Es gibt auch eine sogenannte App von Sage, wo man dann auch darüber stempeln kann. Also es ist eigentlich jedes Medium irgendwie abgedeckt. Viele Unternehmen haben das, dass sie das über das System abstempeln. Wir können in der Sage auch abbilden. Das heißt, der Mitarbeiter kann am Terminal extra die Raucherpause anwählen und kann dann sagen, ich befinde mich in der Raucherpause und wenn er wieder zurückkommt, quasi wieder sagen, ich komme aus der Raucherpause zurück. Das ist über Sage möglich und ist auch relativ einfach über das Terminal abzubilden. Ja, also wir können auch das abbilden. Man kann das über das sogenannte Mitarbeiterportal machen. Der Mitarbeiter reicht da seine Korrektur ein. Dann ist so eine Art Genehmigungsworkflow hinterlegt. Das heißt, die Führungskraft kann sagen, ist die Zeitkorrektur in Ordnung oder nicht in Ordnung und dann wird das erst in der Software abgebildet. Wir können an den Steuerberater in der Regel die Zeiten übergeben. Das heißt, wir geben da die sogenannten Lohnartensummen. Oft haben ja Steuerberater sowas wie DATEV im Einsatz oder Navision. Da können wir das übergeben. Da gibt es auch vorgefertigte Schnittstellen von Sage. Ansonsten kann man aber auch reine Sage Produkte verwenden. Das heißt, wenn man den Lohn von Sage im Einsatz hat, kann ich genauso auch die Stunden von der Zeitwirtschaft an den Lohn übergeben. Ich kann aber auch nur die reine Zeitwirtschaft halb verwenden. Und wie gesagt, das übergebe ich dann an den Steuerberater. Die Urlaubsanträge kann ich auch über das Mitarbeiterportal abbilden. Das heißt, ich habe hier einen digitalen Workflow. Den kann ich selber gestalten. Es gibt bei Sage die Prozessdesigner. Da kann ich dann einen eigenen Workflow anlegen. Und dementsprechend geht das dann über das Mitarbeiterportal. Eigentlich kann er fast alles einsehen. Es kommt halt immer darauf an, welche Sparten ich nutze. Also zum Beispiel, wenn ich den Lohn noch mit angebunden habe, dann kann ich da meine Lohnscheine abrufen. Ich kann meine Lohnsteuerbescheinigung abrufen. Wenn ich die Zeitwirtschaft mit im Bunde habe, dann kann ich da meine Zeitjournale abbinden. Ich kann da auch mein Überstundenkonto sehen. Ich kann sehen, wann habe ich Urlaubsanträge eingereicht. Ich kann sehen, wer muss die genehmigen. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten im Prinzip Zeiten einzusehen. Auch kann die Personalabteilung Auswertungen selber gestalten und diese auch im Portal freigeben. Auch die können da eingesehen werden. Die können genauso auch die Adressdaten von ihrem Mitarbeiter einsehen. Die können Überstunden einsehen. Die können auch vorgefertigte Auswertungen von der HR-Abteilung einsehen. Also die haben im Prinzip auch volle Möglichkeiten, sich selber ihre Daten aufzurufen. Die müssen nicht in der Personalabteilung anrufen und fragen, wer hat das Gehalt X, sondern man kann das so gestalten, dass die Führungskraft sich das selber aufrufen kann, jederzeit. In der Zeitwirtschaft kann ich Zuschläge abbilden. Das heißt, ob jemand Nachtschicht, Spätschicht hat, das kann ich alles einrichten und dementsprechend auch an die Steuerberater übergeben, dass die dann auch entsprechend das im Lohn abbilden können. Also ist egal, welcher Zuschlag ich habe, den kann ich eigentlich in Sage abbilden und mir werden die richtigen Zuschlagsarten dann auch angezeigt. Ja, also ich kann mir zum Beispiel, gehen wir mal vom schlimmstmöglichen Fall aus, die Firma hätte irgendwo einen Brand und ich müsste jetzt wissen, welcher Mitarbeiter ist im Gebäude anwesend. Dann könnte ich mir im Portal eine Liste drucken, wer ist anwesend. Ich kann wenig, wenn richtig gestempelt wird, auch deklarieren, welcher Mitarbeiter ist im Büro und wer ist im Homeoffice. Das kann ich mir alles aufrufen. Rundungsmodelle sind auch möglich. Da bin ich flexibel, ob ich jetzt sage, ob ich auf 10 oder 15 Minuten runde. Ich kann sogar Weggutschriften machen, zum Beispiel Mitarbeiter stempelt aus, geht danach zur Post und soll danach 15 Minuten noch gut geschrieben bekommen. Dann kann ich auch das abbilden. Es ist halt digital. Wenn ich möchte, kann ich wirklich digital unterwegs sein. Also von wie die Zeiten gestempelt werden, also sprich über ein Terminal, über ein Mitarbeiterportal, über eine App. Ich habe nicht mehr irgendwelche Stempelkarten oder ich habe irgendwelche Zettel, die ich einpflegen muss. Ich habe alles digital. Und wenn ich mit Prozessen arbeiten möchte, habe ich auch alles digital. Also es muss keiner mehr mit einem Zettel wegen Urlaub zum Vorgesetzten gehen oder zur Vertretung gehen. Ich kann das alles über das Programm digital abbilden und es ist auch für jeden einsichtbar. Also der Mitarbeiter kann jederzeit gucken, wo ist mein Urlaubsantrag, wer hat meine Zeitkorrektur noch nicht genehmigt. Das finde ich den größten Vorteil, dass ich über das Mitarbeiterportal alles gebündelt habe, von Reisekosten bis hin zur Lohnabrechnung, zum Urlaubsantrag. Ich habe alles in einem Portal und kann jederzeit mir alles abrufen. Also würdest du persönlich sagen, dass du durch die Sage HR Suite eine ziemliche Arbeitserleichterung und nur Vorteile gezogen hast? Ja, weil früher haben wir die Zeit halb im Papier geführt oder Stempelkarten geführt und das musste ja immer irgendwie in Excel oder so übertragen werden oder im Programm übertragen werden. Und das habe ich halb alles nicht mehr. Das ist halb alles digital und halb auch zum Beispiel so Sachen wie die digitale Personalakte. Also wenn man überlegt, in Corona-Zeiten war man halb viel im Homeoffice und hatte halb die Papierakte nicht vor Ort. Das hast du halb nicht mehr, weil du kannst halb im Homeoffice genauso arbeiten wie auch im Büro. Du hast alles online und kannst einsehen und kannst die Akte auch für die Geschäftsführung oder für Führungskräfte freigeben. Das heißt, du bist eigentlich total online unterwegs, wenn du halb die Module alle im Einsatz hast. Steffi, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr informativ und hat mich sehr gefreut. Danke dir. Jo. Jo.